Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mit einem richtig absurden Video. Ich zeige euch ja immer mal wieder coole Errungenschaften aus der Community und in dem Fall, denke ich, trifft es cool ganz gut. Der Hunter namens Durendil ist zurück, der es in der Vergangenheit schon geschafft hat, mit mehreren Solo-Kills auf sich aufmerksam zu machen und er hat es jetzt geschafft, zwei Endbosse aus Dragonflight, nämlich Razageth und Sarkareth, Solo zu töten. Dafür hat er seinen Hunter benutzt und das Ganze ist eine ziemlich ordentliche Leistung. Er hat hier, oder auf Icy Veins ist beschrieben, wie er das Ganze gemacht hat. Zum Beispiel bei Razageth ging es hauptsächlich darum, einfach zu überleben. Der Boss macht in der zweiten Phase ein Schild, was er nicht klein gekriegt hat und er musste dann innerhalb von drei Minuten 7,8 Millionen Damage überleben, wenn es bei Sarkareth das genaue Gegenteil war, wo es um super viel DPS ging. Wenn euch das interessiert, Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Wir schauen uns aber vor allem die Videos von ihm an oder die Kills von ihm an, denn das ist was, was ich durchaus beeindruckend finde. Wichtig sei an der Stelle gesagt, er hat die Non-Awakened-Version gekillt. Also in den Wochen, wo die Raids nicht erwacht waren, beispielsweise Razageth, hat er dann diesen Boss getötet. Ich finde aber, das macht es nicht weniger beeindruckend, ist es immer noch einer der Endbosse des aktuellen Add-ons oder halt ein früherer Endboss des ersten Patches. Und na klar, hat er jetzt ein gutes Stück mehr Gier durch die Season und der Boss ist dann Razageth Normal, war glaube ich ausgelegt für um die Item-Level 400 plus minus, irgendwie sowas in dem Dreh. Mythisch war damals um die 420. Nichtsdestotrotz, auch wenn man da jetzt über 100 Item-Level drüber liegt, das Ganze erstmal zu spielen und zu töten und zu machen, ist, finde ich, schon eine ziemlich beeindruckende Leistung. Wir sehen hier das Ganze. Er hat auch geschrieben, bei dem Bossfight hat er mit Tank-Trinkets gespielt und maximaler Defensive, einfach damit er diesen Kampf überleben kann. Und teilweise auch für sein Pet mit Tank-Trinkets gespielt, weil da auch irgendwelche Tank-Debuffs abgefangen werden mussten. Also das Ganze erforderte scheinbar schon ziemlich, ziemlich viel Planung. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass der Boss doch schneller down geht, als ich gedacht hätte. Also, wie soll ich das sagen? Dafür, also das Video ist nicht beschleunigt, wie ihr hier seht, sondern, und jetzt, das ist diese Phase, wo er gesagt hat, das ist tricky, hier ist das Schild und hier hast du nur eine begrenzte Zeit, ein Schild umzubringen und wenn du das nicht machst, kriegst du halt richtig, richtig viel Schaden. Und in dem Fall musste er halt sehen, wie schaffe ich es, das zu überleben. Jetzt zieht er seine Turtle und dann ist jetzt die Schildphase vorbei und er kann weitermachen. Aber was ich sagen wollte, das Video ist jetzt nicht beschleunigt und er hat es geschafft, nach 5 Minuten auf 60% zu sein. Also das finde ich tatsächlich schon interessant. Ich hätte gedacht, das Ganze dauert ein bisschen länger und da hatten wir auch noch eine Add-Phase dazwischen. Das darf man auch nicht vergessen. Sieht jetzt erstmal hier unspektakulär aus, aber auch hier ist wieder dann diese Schildphase und die haut halt nochmal richtig rein. Das Ganze ist die komplette P2 über, also er muss den Boss auf 1,35 oder 30% oder 25% irgendwie sowas in dem Dreh pushen, damit eben diese Fähigkeit nicht mehr kommt. Und ja, jetzt hat er es glaube ich geschafft, weil auch diese, die Integrität des Gewölbes jetzt dann vorbei ist und die nächste Intermission beginnt. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt es gesehen, wie low er teilweise war mit der Gesundheit. Also das Ganze zu timen ist höchst interessant. Also bin ich ehrlich, würde ich nie hinkriegen, so einen Boss Solo zu legen und vor allem hätte ich auch gar nicht die Geduld dafür, die Sachen herauszufinden und auszuklamüsern, wie er das getan hat. Also ich glaube nicht, dass es da bei zwei, drei Tries geblieben ist, bis er diesen Boss getötet hat, sondern das wird wahrscheinlich ein gutes Stück gedauert haben. Hier auch nochmal eine knifflige Phase. Diese Ads dürfen auf keinen Fall das große Ad erreichen, sonst ist die Chance, dass er stirbt, ebenfalls nochmal sehr, sehr groß. Und dann am Ende hat er halt nochmal so einen kleinen Kampf gegen die Zeit. Das ist quasi der Enrage des Bosses, dass mit der Zeit diese Sturmflächen hier außen am Rand in die Mitte kommen. Und wenn das der Fall ist, wirst du irgendwann sterben. Und da hat er halt gesagt, die Problematik daran ist halt, dass er komplett defensiv spielen musste im AOE-Bild für die Ads und Kampfrausch musste er defensiv ziehen. Und jetzt in der Phase, wo es halt ein Damage Race ist, ist er mit unguten Talenten, Gier und sonstigen unterwegs. Und ihr seht es hier, mittlerweile haben die Sturmflächen diesen goldenen Ring erreicht, Bosses auf zwei Prozent. Also es war relativ knapp, aber er hat es geschafft, Razageth getötet. Sehr, sehr starke Leistung, würde ich mal so behaupten. Und dann kommen wir noch zu, hoppala, Sakareth. Da hat er ja gesagt, komplett anderes Thema. Da geht es darum, möglichst viel Damage zu machen. Hier zieht er auch direkt Kampfrausch zu Beginn, was, wenn ich mich recht insinne an den Fight, kein Problem sein sollte. Da der zeitbasiert gefacet hat oder prozentual, wenn du genug Damage hast. Aber da wird er wahrscheinlich solo nicht rankommen. Und wir sehen es jetzt hier wieder. Er fährt 560 KDPS. Sakareth war ein Boss, der so schon nicht so brutal viel Leben hatte. Also der Fight ging relativ zügig, wenn man das vergleicht mit Sakareth, äh mit Razageth. Das kommt ihm wahrscheinlich in dem Fall zugute. Und ich kann nur nochmal empfehlen, wenn es euch interessiert, seine Erklärung durchzulesen. Da hat er halt nochmal alles ausführlicher geschildert, wie er die Bosse getötet hat, wie er auf bestimmte Dinge gekommen ist. Also das ist doch durchaus interessant zu sehen. Und hier jetzt spielt er ganz normal die Bombenphase. All das, was man so aus dem normalen Fight kennt. Auch interessant, dass er klickt scheinbar. Fällt mir jetzt erst so richtig auf. Tatsächlich, er klickt einfach alles. Das merke ich jetzt erst. Okay, das macht es dann noch interessanter, dass er diesen ganzen Krimskrams runterspielt und noch seine Fähigkeiten klickt und nichts mit der Tastatur macht. Sehr, sehr interessant. Ähm, das ist jetzt die Phase, wo es wirklich darum geht, auch die Ads schnellstmöglich zu töten. Ähm, sonst, ihr seht das da hinten, wenn diese Ads durchcasten, ist noch kein Vibegrund, aber auch nicht optimal. Dieser Blasting Scream, der sollte normalerweise gekickt werden. Er hat dann auch was geschrieben von wegen, dass er, weil er eben mehr Single Target unterwegs war, sehr stark gucken musste, okay, wie kill ich jetzt die Mobs so weg, dass es noch effizient ist, aber trotzdem noch genug Schaden auf den Boss kommt. Und jetzt beginnt die letzte Phase, P3. Und hier hat er schon ein gewisses, einen gewissen Zeitdruck wegen den Black Holes, die der Boss castet. Ich glaube, beim dritten ist Schicht im Schacht und ein garantierter Vibe. Und in dem Fall hat er dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit es am Ende ist, aber auch hier muss er gegen die Boss-Timer ankämpfen, gegen die Zeit ankämpfen und diesen Boss eben rechtzeitig töten. Und wir sehen es hier, 4% der Boss hat also auch alles geklappt, aber nichtsdestotrotz Respekt für diese Leistung. Führag wird er, denke ich, nicht töten. Das sollte Solo auch auf Normal nicht drin sein, weil das der letzte Content ist und selbst auf Non-Awakened sollte das noch zu schwer sein. Plus ab nächster Woche oder ab dieser Woche gibt es ja keine Awakened oder Nicht-Awakened-Rates mehr. Die sind dann alle erweckt und dann ist dieses Boss XY hat ein bisschen weniger Health auch ad acta gelegt, aber eine sehr, sehr starke Leistung, wenn ich das so sagen darf. Hut ab dafür. Videos findet ihr in der Videobeschreibung und damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.